um Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Mama 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 E-Mail Wenn Lights Die Heute mit, ähm, wie nennt man das, Gastkommentator Hallo, Hallo Der Raffi und der, 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 der 2 zu 2 Oder der, wie heißt du? Der Raffi Ja, genau Und ich habe ja mal einen Stress verfilmt Die mich vom Husten bringen Und... Entschuldigung, ich sollte keine mehr von denen essen Ähm, die Einstellung ist irgendwie... Seid ihr überhaupt noch da? Joa Ja Okay Ich dachte Ich hätte euch, ähm, vom PC gehustet Ja, fang mal an Ich habe keine Ahnung Ich habe es beim Marketplay gesehen Ähm, habe die Kommentare gelesen Und da dachte ich, ja, los, spielen wir Äh, so Controls W-A-S-D Skip Intro, ne, Intro skippen wir nicht Headphones, turn out the lights, also So Macht, macht dunkel bei euch Steht da, man muss das befolgen Ich mache jetzt auch dunkel Okay Es ist dunkel Fangen Ähm, der, der, der Raffi und der Alpendolle sind das alles Und, also ich muss nicht alleine leiden Und wenn ich dann, äh, wenn man zu dritt und sowas spielt, dann, also zu dritt Ja Seid ihr dabei, dunkel? Ja Ja Let's play C'est bon, son casque est branché Bon, l'expérience est sur le point de commencer On est en train d'établir votre profil, cela ne sera pas loin Tout est stable, je lance la génération de l'univers Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter On va tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle Il est directement lié à votre activité cérébrale Attends viens voir, on a un retour étrange Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le générateur est en ligne Bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème Et si on relance le processus, mais c'est trop long, il est déjà dit Loop 3 Qu'est-ce qu'il y a? puede-ce qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ? das sieht noch einladend aus noch noch wieder so ein taschenlampen rumgerannt hier ein spiel keine ahnung das ist was wie der mutter denn das hat jetzt gerade besucht was heißt muss ich leer habt ihr gesehen dass der bildschirm so ja der war weil es dunkel ist gehe einfach augen zu und durch du hast doch mal so ein spiel gespielt mit der antiken zogen ich muss einen stuhl finden ich war doch in diesem weissen raum da hat es einen stuhl und der kann uns wieder in unsere richtige welt transferieren warum bist du denn eigentlich schon warum bist du denn da schon von dem stuhl weg ich glaube ich habe das gleich für die zenten da blinkt das licht what the fuck is das oh god ich sterbe was ist los lauf weg da hat ein kultierer ab le manchelinère hau ab le manchelinère f*** euch le manchelinère f*** euch le manchelinère f*** euch oh c Mac reasons a christmas psychos psychos hau 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 is Oh mein Mädchen, bleib du hier. Schlag's. Schlag's dich doch einfach. Nein, kam noch statt. Ich bin schnell in den Arm. Hä? Oh. Pädomile. Okay. Dort hat's gerade einen Stuhl. What the fuck? Das Kind will dich irgendwie depressiv machen. Ich sehe einen Arm. Und dort habt ihr diese Silhouette gesehen, die auf uns zugekommen ist? Ja. Nein. Und dieses Kind hat die ganze Zeit Le Mangeinère gesagt. Echt? Und dann wurde der Bildschirm so... Schwabbeln. Ich fick dich in den Arsch, wenn du hinter mir bist. Er fickt der dich. Er hat eher dich gefickt. Alter, du Kind. Le Mangeinère. Nein, Le Mangeinère. Le Mangeinère. Le Mangeinère. Ist das weg? Das kommt von deinem Hustentabletten. Da waren Drogen drin. Ja, aber mir ist gerade das Bonbon aus dem Mund gefallen, weil ich so erschrocken bin. Ich will da hin. Dann geh. Nein. Das sieht aber nicht so vertrauenswertig aus. Kind. Das hilft dir wahrscheinlich. Das lazım. Ja. Ich wille dich. Und jetzt strefin. Dann das straffaco. Dann dies ohne rein. Du findest Barody? gestorben wir sind gestorben so ein geist so ein mucki man geist ein sportlicher geist der gestorben ist ich mache nochmals schlechtere einstellung dass ich dann noch besser spielen kann ist gut okay dann sehen wir uns wenn die einstellung schlechter ist